Hallo, wir sind Just and Time und haben keinen Spiegel. Wir haben uns auf die Suche gemacht und wissen jetzt, wie ein Spiegel gemacht wird. Schaut gerne dazu, wir hoffen, es gefällt euch. Also, als erstes braucht man eine große Scheibe, Aluminium und Silberletar. Als erstes kippt ihr das Aluminium in den Silbernetrat und lasst es eine Minute miteinander reagieren. Dann schüttet ihr es 30 Sekunden und dann ist es fast wie Wasser verwandelt. Dann kippt ihr es auf die Scheibe, nachher spürt ihr es mit Wasser ab und lässt es eine Stunde trocknen. Da ist es ein Spiegel geworden. Wir hoffen, es hat euch gefallen, aber Vorsicht, macht es mit Erwachsenen und tragt es was, das euer Gesicht schützt. Auf Wiedersehen.